Sie suchen nach den besten Bosch-Hundefutter? Suchen Sie nicht weiter, wir haben alles für Sie. In diesem Video testen und vergleichen wir einige der beliebtesten Bosch-Hundefutter auf dem Markt, um Ihnen zu helfen, den perfekten Bosch-Hundefutter für Ihre Bedürfnisse zu finden. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 Bosch-Hundefutter-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Das Light-Trockenfutter ist ideal für junge, übergewichtige Hunde und unterscheidet sich zum Senior-Futter darin, dass es nicht auf den Bedarf älterer Hunde abgestimmt ist. Es ist kalorienreduziert, besitzt nur 6% Fett, einen moderaten Proteingehalt, 20%, und wird gleichzeitig mit wertvollen Ballaststoffen angereichert, die die Gewichtskontrolle erleichtern und Ihren Hund schneller sättigen können. Es ist zudem Weizen- und zuckerfrei, magenschönend und kann durch L-Garnitin, Muschel-Extrakten, Mananen und Glukennen sowohl das Herz-Kreislauf-System als auch den Bewegungsapparat und das Immunsystem stärken. Das Hundefutter macht einen wertigen Eindruck, schmeckt vielen Hunden gut bis sehr gut und hilft Ihnen dabei das Gewicht Ihres Viehbeiners, auch kastrierte Hunde, entweder zu halten oder langfristig zu reduzieren. Die Erfahrung mit dem Bosch Hundefutter hat außerdem gezeigt, dass es auch auf die Verdauung und das Fell ihres Vierbeiners eine positive Auswirkung haben kann. Auf Nummer 4 Das Mini-Junior-Futter ist für die Aufzucht kleinerer Rassen, bis 15 kg, geeignet und wird ohne Glutenhalt-EGS-Getreide hergestellt, so dass es sich auch für Hunde mit einer Glutenallergie eignet. Es ist außerdem frei von Zucker und wird mit Muschel-Extrakten und Kovostram angereichert, was sowohl die Abwehrkräfte als auch die Knochen, Knorpel und Gelenke des Junghundes stärken kann. Das Futter enthält viel frisches Geflügel, mindestens 25 %, als Proteinquelle und hat eine an Wetten angepasste, moderate Krokettengröße. Die Qualität des Futters ist dabei sehr gut und auch der Geruch ist bangnehm. Es wird außerdem von den meisten Hunden gut vertragen und auch sehr gerne angenommen. Allerdings wurden sowohl der eher geringe Fleischanteil, 37 %, als auch die Krokettengröße von einigen Testern kritisiert. Die kleine Krokettengröße hat dabei zum Teil dafür gesorgt, dass manche Hunde das Futter nicht kauen und sofort runterschlucken, was nicht immer gut für die Verdauung ist. Das Futter bietet unterm Strich jedoch trotz kleinerer Mankos ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und ist in folgenden Mengen verfügbar, 1 kg, 3 x 1 kg, 3 kg und 15 kg. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3. Das HPC Active Trockenfutter ist ideal für alle Hunde mit erhöhter Aktivität, wie zum Beispiel Leistungshunde, da es eine erhöhte Energiekonzentration besitzt und sowohl mit L-Garnitin als auch Muschel-Extrakten angereichert wird, welche das Herz, Kreislauf, Knochen, Knorpel und Gelenke stärken können. Es ist dabei frei von Zucker und Weizen und besitzt, wie die anderen Sorten von Bosch auch, eine Immunkomplex-Rezeptur, die sowohl eine positive Auswirkung auf die Darmflora als auch auf das Immunsystem ihres Hundes hat. Das Futter enthält außerdem einen hohen Anteil an frischem Geflügel, der mindestens aus 25% besteht. Das Futter ist in folgenden Varianten erhältlich, 15 kg, 1 kg, 3 kg, 4 x 3 kg und 5 x 1 kg. Die Kroketten sind mittelgroß, werden von zahlreichen Hunden sehr gut angenommen und scheinen genauso gut zu munden. Sie werden von der Großzahl der Hunde außerdem gut vertragen, machen einen hochwertigen Eindruck und sind dabei zu einem im Verhältnis niedrigen Preis erhältlich. Bei Nummer 2 Dieses Senior Trockenfutter ist ideal für in die Jahre gekommenen Hunde, ab 8. Lebensjahr, da es zahlreiche Vitamine, Spurenelemente und andere Zutaten enthält, die die Zellalterung verzögern und gleichzeitig sowohl die Abwehrkräfte stärken als auch eine gesunde Darmflora fördern können. Es ist dabei in folgenden Mengen erhältlich, 12,5 kg, 2,5 kg, 5 x 1 kg, 4 x 2,5 kg und für mäßig aktive Hunde geeignet, da es sowohl Weizen- und zuckerfrei als auch Kalorien reduziert ist. Das Futter hat insgesamt eine gute Zusammensetzung, hält was es verspricht und schmeckt auch sehr mäkeligen Hunden und Hündinnen sehr gut, obwohl es sich eigentlich um ein Diätfutter handelt. Es ist außerdem sehr gut verträglich und sorgt weder für Blähungen noch unangenehme Gerüche bei den Hunden. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Das Adal-Trockenfutter mit Lamm und Reis hat sich als Testsieger durchgesetzt und ist somit das beste Bosch-Hundefutter im Test. Es ist dabei Weizen- und zuckerfrei und vor allem für empfindliche, normal aktive Hunde geeignet. Das Besondere an dem Hundefutter von Bosch ist, dass es eine sorgfältig konzipierte Immunkomplex-Rezeptur zur Stärkung der Immunabwehr und zur Stabilisierung einer gesunden Darmflora besitzt. Diese beinhaltet Glukhenne, Manane und unter anderem Muschel-Extrakte zur Stärkung von Knorpeln, Gelenken und Knochen. Die Rezeptur ist in allen Futtersorten von Bosch enthalten. Erhältlich ist das leicht verdauliche und magenschonende Futter entweder als 15 kg Beutel oder aber auch in kleineren Größen, wie zum Beispiel 1 kg, 3 kg oder aber auch als kleines Vorratspack, 5 mal 1 kg, sodass diese erst mal als Probe verwendet werden können, bevor Sie eine größere Menge bestellen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.